Das ist auch ein sehr schöner Anwendungsfall für KI zum Beispiel, wo ich dann eben mal über die PDF-Datei gehe, über das Bild, was ich bekomme und erkenne, wo dann die Rechnungsnummer ist, wo meine Beträge sind. Und das ist natürlich schon mal Aussage 1, ich brauche irgendein Add-on. Das geht jetzt nicht automatisiert verarbeitet einfach so in meiner Standard-Lizenz von S4HANA oder vom ERP, sondern da muss es irgendwie ein Add-on geben. Das Thema E-Rechnung ist jetzt der erste Aufschlag. Es soll dann ja auch Richtung elektronische Bestellung gehen. Das ist dann Order X, da gibt es dann auch schon die ersten Formate. Oder auch das Thema Lieferschein. Also diese ganze Prozesskette wird dann auch so langsam digitalisiert. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT-Podcast der MainSquare AG. Mein Name ist Tobias Hames und wir reden heute über das Thema E-Rechnung oder E-Invoicing. Wie man das am besten in SAP umsetzen kann und was es da zu beachten gilt. Es gibt da so gesetzliche Änderungen und eigentlich jedes Unternehmen muss demnächst E-Rechnung machen. Ich habe mir dazu einen kompetenten Gast eingeladen und zwar Alex Wieviel. Guten Morgen, Alex. Hallo, Tobi. So, Alex Wieviel ist Berater und Bereichsleiter für E-Rechnung und Output-Management bei der MainSquare AG. Also ein Kollege von mir und damit erster Ansprechpartner für Kundenfragen im Bereich E-Rechnung, Formulare und Output-Management. Er ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der IT-Beratung und Projektleitung unterwegs und konnte schon vielen Kunden, wie zum Beispiel dem Kabelhersteller Prismian und dem Klinikbetreiber Asklepios, zu einer passenden Strategie für E-Rechnung verhelfen. Und hoffentlich auch uns heute. Ja, danke, dass du da bist. Ich starte gleich mal mit der ersten Frage und zwar E-Rechnung. Kannst du uns da mal ein paar Grundlagen nennen? Was muss ich wissen, wenn ich mich damit bisher noch nicht beschäftigt habe? Auch natürlich im Zusammenhang mit SAP. Ja, starten wir ruhig erstmal vorne dran. Was ist eine E-Rechnung? Bei elektronischen Rechnungen reden wir über XML-Dateien. Das ist jetzt das Neue. Es sind nicht mehr diese PDF-Dateien, die man vielleicht in der E-Mail verschickt, sondern es sind XML-Dateien, die führend dann auch zum Beispiel ab nächstem Jahr relevant werden und legal bindet. Und das heißt natürlich, dass ich meine Prozesse umstellen muss in der Zukunft, in den nächsten Jahren. Und ja, das ist eben das, was auf die Unternehmen aktuell in Deutschland zukommt. Es gibt es auch schon länger, das Thema. Im Grunde gibt es da eine EU-Norm. Das ist die EN 16931, die im Grunde schon seit 2014 sagt, dass das Thema kommt. Und in Deutschland hat das im Grunde den ersten Aufschlag gemacht 2018 als, ja, im Grunde Rechnungen, die an Behörden gestellt werden müssen, dass die auch schon als elektronische Rechnungen gestellt werden müssen. Und das ist eben seit 2018 schon, seit 2020 dann wirklich in der Umsetzung gang und gäbe in den Unternehmen, die es eben betrifft, im B2G-Bereich. Und das hat eben jetzt neuen Fokus bekommen durch eben das Wachstumschancengesetz seit März, dass wir da eben auch im B2B-Bereich planen, elektronische Rechnungen zu verschicken und zu versenden. Also diejenigen, die das, die an Behörden liefern, also die als Kunden haben, die müssten es eigentlich jetzt schon haben, also irgendwie mit E-Rechner umgehen. Jetzt ist ja auch irgendwie, du hast eben schon PDF gesagt. Also PDF war ja so, ich sage mal, die digitale Version des Papiers, was ich sonst gesendet hätte. Und jetzt hast du schon gesagt, ja, hier XML, da ist also eine Datei drin. Das heißt, das wird dann, weiß ich nicht, per E-Mail versendet und da ist einfach keine PDF mehr drin, sondern eine XML-Datei und da stehen dann die ganzen Rechnungsdaten drin. Und in der Hoffnung, dass der Empfänger das dann auch verarbeiten kann. Genau, wichtiger Punkt. Also bisher ist es ja so, dass du die Rechnung stellen musstest an den Bund. Und was den Eingang angeht, war das halt für den Bund dann natürlich eine Herausforderung. Jetzt sind wir natürlich in der bilateralen Kommunikation im B2B-Bereich. Das heißt, du musst die Rechnung sowohl empfangen können, als auch verschicken in der Zukunft. Und das sind natürlich dann auch beide Prozesse, die abgedeckt werden müssen. Das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist, wie wird das gemacht? Da gibt es zwei Formate in Deutschland. Das ist einmal das Format X-Rechnung. Die X-Rechnung ist im Grunde die XML-Datei in Reihenform. Das heißt, da ist dann keine Bilddatei, kein PDF, nichts mehr dabei. Das ist ähnlich wie jetzt im SAP-Kontext ein IDOC, also nur eine andere Struktur an der Stelle. Und es gibt noch das alternative Format, das ist das Zugpferd-Format. Das ist quasi eine PDF-Datei, die im Bauch eine XML-Datei enthält. Also genau diese X-Rechnung dann im Bauch enthält. Und die kann ich dann eben maschinentechnisch automatisiert verarbeiten. Und die PDF-Datei könnte ich dann eben meinem Backer schicken und der kann die dann auch quasi visuell verarbeiten. Also eher so ein Multi-Doc-Format irgendwie. Ich kann als Mensch reingucken in das PDF. Und ich kann aber jetzt, wenn ich das im Adobe Reader aufhabe, steckt da irgendwie noch ein Anhang drin, den ich aber dann über spezielle Wege auslesen muss. Genau, das ist dann genau das, dass ich die PDF-Datei habe im Zugpferd-Format und die XML im Bauch, also im Anhang. Das ist dann die Zugpferd-Datei. Wichtig ist da noch, da steckt ein bisschen Komplexität drin. Ich muss, um das Format überhaupt zu erzeugen, dann auch eine sogenannte PDF-A-Datei erzeugen. Das ist quasi ein höherer Standard von PDF. Da ist dann quasi die Archivierbarkeit viel besser. Und da ist dann diese Möglichkeit überhaupt gegeben, Anhänge hinzuzufügen. Das kann ich bei einer normalen PDF-Datei nicht so einfach machen, sondern dafür brauche ich eben diese PDF-A-Datei. Okay, gut. Das ist schon, über PDF können wir später auch noch sprechen. Jetzt bei den elektronischen Rechnungen. Wo stehen denn jetzt gerade Unternehmen in Deutschland beim Thema E-Rechnung? Also du hast eben gerade gesagt, es gab die Auflage, dass es an Behörden geht. Jetzt gibt es die gesetzliche Änderung. Was genau fordert die gesetzliche Änderung und wie weit sind Kunden in Deutschland im Moment damit? Also ist das irgendwie eine Überraschung oder ist alles schon auf dem Weg? Gibt es ein Subdate, Update? Also ja. Also die gesetzliche Änderung sagt aus, dass du ab nächstem Jahr, ab 2025, elektronische Rechnungen empfangen können musst. Das ist so das, was dann legal binden ist. Das heißt, im Worst Case kriegst du ab 01.01.2025 nicht mehr die PDF-Datei oder die Papierrechnung, sondern wenn quasi sehr progressive Unternehmen da sind, die schicken dir dann einfach schon mal die XML-Datei. Und die ist auch legal bindend. Die musst du also verarbeiten können. Da kannst du dich dann nicht mehr rausreden, sag ich mal. Da kann man natürlich nicht fragen. Aber das ist dann das, was legal in Ordnung ist. Und das sorgt natürlich für den ersten Bedarf. Ich muss das irgendwie verarbeiten können. Idealerweise auch automatisiert. Der zweite Punkt ist natürlich der Ausgangsprozess. Also meine Rechnung verschicken. Das wird laut Gesetz ab 2027 für die meisten Unternehmen, die auch SAP einsetzen, relevant. Das ist dann die Übergangsfrist, die der Bund da eingeräumt hat. Für kleine Unternehmen gilt das noch länger. Die können dann ab 2028 im Grunde das machen. Was ist ein kleines Unternehmen? Unter 800.000 Euro Jahresumsatz gilt da. Und das sind die meisten SAP, also die meisten Unternehmen, die SAP einsetzen, die haben das natürlich. Ein Ticken drüber. Ein bisschen drüber. Genau. Und ja, das sorgt eben natürlich für einen sehr kurzfristigen Bedarf, dass ich da eine Lösung brauche, die eben den Rechnungseingang abbildet. Und viele Unternehmen haben das auch schon, die eben sagen, ab einer gewissen Größe, ich möchte meine Papierrechnung nicht mehr manuell abtippen, sondern die haben dann schon eine Rechnungseingangslösung von den diversen Anbietern, die es da gibt. Und die drehen sich auch gerade so, dass sie dann eben Updates anbieten und entsprechend die Lösung einfach erweitern. Die auch typischerweise nicht im SAP stattfinden, sondern es sind vorgelagerte Systeme, die, ich sag mal, das irgendwie scannen, wenn es analog ankommt oder wenn es eine PDF ist, dann parsen irgendwie und da den Kram rausziehen. Genau, richtig. Weil an der Stelle brauche ich ja jetzt auch schon Interpretation. Das ist auch ein sehr schöner Anwendungsfall für KI zum Beispiel, wo ich dann eben mal über die PDF-Datei gehe, über das Bild, was ich bekomme und erkenne, wo dann die Rechnungsnummer ist, wo meine Beträge sind. Und das wird auch weiterhin natürlich, ja, ich werde jetzt nicht nur noch Papierrechnung bekommen ab nächstem Jahr, also nicht mehr. Das heißt, da wird es auch weiterhin so sein, dass das nochmal ein Anwendungsfall ist für die nächsten Jahre. Und ja, aber solche Anbieter, die werden natürlich dann auch elektronische Rechnung ermöglichen in dem Bereich. Und die SAP ist da eben, ich sag mal, rudimentär aufgestellt. Die möchte halt einfach ihre Rechnungsposition im System erfasst haben und bietet jetzt nicht so direkt so eine Lösung an für einfach Papiererkennung oder sowas. Okay, jetzt in dem Moment, wo es jetzt nicht um Papiererkennung geht, sondern tatsächlich um die Verarbeitung von XML, ist das ja schon wieder eigentlich etwas, was ja vielleicht sogar in Reichweite des SAP-Systems ist. Was machen denn Kunden jetzt aktuell? Gibt es jetzt den Trend, okay, alle holen sich wirklich so eine Eingangsverarbeitungslösung und gibt es auch Kunden, die versuchen zum Beispiel sowas in SAP direkt zu realisieren? Also was ist da so der Trend aktuell? Da ist gerade viel Bewegung und auch viel Unsicherheit natürlich eben durch das frische Gesetz. Also das ist auch natürlich klar. Also die SAP bietet da auch ein Add-on. Das nennt sich Subdocument and Reporting Compliance. Und das ist im Grunde auch wieder ein Add-on, was dann im Grunde diese elektronischen Rechnungen verarbeiten kann. Und das ist natürlich schon mal Aussage 1, ich brauche irgendein Add-on. Das geht jetzt nicht automatisiert verarbeitet einfach so in meiner Standardlizenz von S4HANA oder vom ERP, sondern da muss es irgendwie ein Add-on geben. Das würde XML verarbeiten oder kann das auch dieses PDF-Parsen-Ding? Das kann auch das PDF-Parsen-Ding machen. Also es kann generell elektronische Rechnungen verarbeiten und auch bei der Lösung von der SAP jetzt auch mit einem globalen Anspruch. Also da gibt es auch schon in diversen Ländern in der EU und auch international schon länger elektronische Rechnungen. Beispielsweise Italien ist schon sehr lange dabei, aber auch Mexiko. Und da ist die Lösung eben schon länger, ich sag mal, platziert. Und sie wird jetzt eben sukzessive erweitert für die Länder, die jetzt noch kommen, wie beispielsweise Polen nächstes Jahr, Deutschland oder auch Frankreich. Und was beobachtest du in Deutschland? Was machen die Leute so? Also was machen Unternehmen da so? Springen die jetzt allein auf SAP oder bleiben die oder konzentrieren die sich eher auf externe Eingangsverarbeitung? Was ist der Trend? Der Trend ist gerade sich erstmal zu orientieren auch, weil es gibt halt die Unternehmen, die quasi nichts haben, die quasi aktuell manuell die Rechnung verarbeiten. Die brauchen halt idealerweise natürlich schon mal so eine Lösung, die beides kann. Also die sowohl empfangen ab nächstem Jahr, aber perspektivisch halt auch in drei Jahren dann auch versenden. Also das ist schon mal etwas, was zum Beispiel die SAP-Lösung kann. Dann gibt es natürlich die Unternehmen, die jetzt vielleicht größer sind und eben schon eine Rechnungseingangslösung im Einsatz haben. Solche Unternehmen bohren eventuell einfach per Update den Rechnungseingang an der Stelle auf und suchen dann nochmal eine Lösung für den Versand. Und dann gibt es natürlich die Mischform, sodass die sagen, okay, ich bin mit meinem Dienstleister nicht zufrieden oder das Update kommt nicht, was auch immer und sich da einfach neu orientieren. Und auch da an der Stelle ist natürlich immer die Frage, habe ich dann zwei Prozesse und auch zwei verschiedene Tools oder nutze ich quasi ein Tool für beide Prozesse, für Rechnungseingang und Rechnungsausgang? Genau, und das eben auch im SAP. Was wäre denn, ich sag mal, deine Empfehlung, also für jemanden, der jetzt das noch nicht hat, wahrscheinlich, wenn ich eine Eingangslösung habe, dann würde ich vermuten, dass ich erstmal versuche, okay, muss ich da jetzt irgendeinen Schalter umlegen, muss ich ein Update einspielen und dann habe ich das auch im SAP. Ich meine, wie reden die miteinander? Die reden ja dann wahrscheinlich auch irgendwie über iDoc oder irgendwelche Schnittstellen, schieben die den Kram dann nach SAP rein, wenn sie ihn erfasst haben und gepasst haben, oder? Genau, genau, genau. Also das wird dann, wenn das eine externe Lösung ist, die das entgegen nimmt oder dann auch verschickt, dann gibt es eben Web Services oder iDocs. Das ist, wie bisher auch bekannt, einfach die Standardtechnologie. Wenn ich jetzt das SAP-DRC-Tool nehme, dieses Document Reporting Compliance, dann wird das quasi ja natürlich in SAP integriert. Da gibt es dann auch eine On-Premise-Komponente und die wird eben über die BTP als Cloud-Service der SAP aktiviert. Das ist quasi die Anbindung an der Stelle. Genau, und bei den, ich sage mal, Dienstleisterlösungen gibt es natürlich von bis. Da gibt es eben auch dieses eben per iDoc anbinden und dann irgendwie ins externe Tool schieben, was dann auch wieder ein Server sein kann oder eben auch wieder eine Cloud-Lösung. Sehr, sehr viele Dienstleister und Großdienstleister bieten da eben auch direkt Cloud-Lösungen an, was die SAP-Strategie unterstützt. Es gibt aber eben auch die On-Premise-Varianten, also das dann von kleineren Dienstleistern oder eben für auch kleinere Märkte wie jetzt Deutschland. Da reicht dann eben vielleicht auch ein kleines On-Premise-Add-on. Und das jetzt auch nochmal in Bezug auf die Kunden. Je nach Kundengröße empfehle ich da unterschiedliche Sachen. Also je nachdem, wenn es ein kleinerer Kunde ist, dann reicht eben vielleicht dieses kleinere On-Premise-Add-on. Wenn der Fokus auch auf mehreren Ländern steht oder sowas, dann muss es halt eher schon ein Dienstleister sein oder eine Lösung, die das auch abdecken kann. Idealerweise dann in mehreren Ländern. Was sind denn so die, also ich meine, das sind ja schon unterschiedliche Wege. Entweder ich baue es mir selber ins System oder ich setze auf einen Dienstleister, der mir das irgendwie schon fertig macht. Vermutlich gibt es ja sogar auch Komplettverarbeiter, die wahrscheinlich mir sogar den Briefumschlag aufmachen, wenn ich noch welche kriege irgendwie. Was sind denn so die typischen Herausforderungen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will damit starten und jetzt gucke ich mir vielleicht Tools an, keine Ahnung oder ich lese mich erstmal schlau und vielleicht habe ich dann auch irgendwas und lege dann los. Was fallen dir so für typische Herausforderungen an? Du berätst ja Kunden bei diesem Weg, also was könnte man überhaupt nehmen und wie geht es dann weiter und wie kriegt man das dann zu so einem funktionierenden Prozess? Was sind so typische Stolperfalten? Also das Erste, was natürlich viele Kunden umtreibt, ist überhaupt erstmal Klarheit in das Thema reinzukriegen und eben auch dann natürlich als zweiten Schritt zu schauen, welche Anbieter können das überhaupt abdecken. Also wer kann jetzt genau auf meine Anforderungen passend den Funktionsumfang abdecken? Das ist das, was wir viel gerade machen. Das war erstmal strategisch beraten an der Stelle und dann ist es halt so, dass ich sage mal gerade die Herausforderung ist, wie viele Rechnungen habe ich überhaupt? Das bestimmt dann auch wieder den Preis natürlich bei einigen Anbietern, die dann eben skalieren, eben mit Usern oder mit Preis und das ist natürlich so ein Stolperstein, da muss ich aufpassen, je nach Volumen, wenn es dann auch international wird, dann kann das schnell hochgehen und entsprechend skalieren und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, welche Sonderlocken habe ich vielleicht in meinem Prozess? Also möchte ich vielleicht noch weitere Anhänge mitschicken? Viele Kunden möchten irgendwie rechnungsbegleitende Dokumente mitschicken, weil sie irgendwie noch Dokumente des Kunden mitschicken oder sowas und das muss halt auch die Lösung mit anbieten. Die müssen eben auch mit erfasst werden und dann auch mit abgelegt werden, damit man das dann im SAP dann auch in Zugriff hat. Genau, das und ganz wichtiger Punkt, diese Formate, die updaten sich halt auch von den jeweiligen Gremien, die sie ja ausgeben, das heißt X-Rechnung Zugpferd, da gibt es dann bei X-Rechnung die Cosit, beim Zugpferd-Format gibt es das Pferd-Gremium, das Forum Elektronische Rechnung Deutschland. Ja, sag doch mal bitte, wie Zugpferd eigentlich geschrieben wird, weil das war etwas, über das ich auch noch in der Vorbereitung gestolpert bin. Genau, das ist Zug und dann F-E-R-D und F-E-R-D kommt vom Forum Elektronische Rechnung Deutschland und dann gibt es halt die Cosit auf der anderen Seite, die halt vom Bund eher gesteuert ist und beide Gremien geben im Grunde grob halbjährlich Updates raus, die können mal mehr oder weniger umfangreich sein. Es kann sein, dass sich eher so, ich sag mal, Dokumentation ändern und dann sagen wir quasi Dankeschön und nehmen das zur Kenntnis, aber jetzt zum Beispiel im Februar hat sich das Thema X-Rechnung da deutlich vergrößert, da gibt es dann quasi viel mehr Felder, um eben auch gewisse Kommunikationsprozesse abzubilden und auch neue Pflichtfelder und sowas muss ich natürlich dann auch berücksichtigen, dass sich da eben was tut, dass diese XML-Dateien, die ich verschicke, sich auch nochmal quasi syntaktisch, semantisch verändern. Das heißt, auch wenn ich es, ich sag mal, fertig installiert habe im Hier und Jetzt, muss ich eigentlich schon gleich einen Prozess draufsetzen, der auch ein bisschen dann nach Linz guckt oder ist irgendjemand übertragen, hey, bitte guck mal, ob hier der Format, die Version richtig eingehalten wird. Ganz genau. Und das ist halt auch wieder was, das kann ich natürlich intern machen, da muss ich dann eben selber drauf schauen und das muss dann auch so sein, je nach Lösung, die ich anbiete, einsetze. Es kann aber eben auch natürlich wieder der Komfortdienstleister sein, der dann das übernimmt an der Stelle und mich darauf hinweist. Also da gibt es auch wieder von bis an der Stelle. Ja. Wie lange dauert sowas, bis man, wenn man jetzt noch nichts hat, bis man so eine funktionierende Rechnungseingangslösung hat? Mhm. Das ist, also Rechnungseingangslösung ist natürlich nochmal, kommt dann sehr drauf an, geht es nur um das Thema E-Rechnung oder geht es wirklich um den kompletten Prozess mit auch zum Beispiel OCR und Papiersachen, die ich dann auch erkennen möchte? Ja, um compliant zu sein mit dem Gesetz. Also jetzt, ich muss ja, habe ich verstanden, jetzt die XML verarbeiten können. Der Rest ist ja irgendwie jetzt bisher manuell passiert, aber wir können, also vermutlich hat ja keiner als Lösung, weiß ich nicht, könnte man ja auch mal drüber nachdenken, dass ein Buchhalter hingeht und die XML aufmacht. Also ich sage mal, man könnte auch eine Drehstuhlschnittstelle, also eine menschliche Schnittstelle natürlich dransetzen, ist ein bisschen undankbar bei XML vermutlich, oder? Ja, genau. Genau das, das erwarte ich leider natürlich auch, dass das ab nächstem Jahr nochmal passieren könnte in einem oder anderen Unternehmen, aber in der Regel ist natürlich das Ziel Automatisierung. Und von der Sache her kann das relativ schnell gehen, also relativ schnell heißt in dem Bereich zwei bis vier Wochen, hängt total davon ab, wieder was habe ich für Sonderlocken, was kommt da an Spezifika rein, wie sieht da mein Prozess aus und eben welche Lösung setze ich am Ende ein. Also das kann durchaus schnell gehen von der Einführung, kann aber eben auch total weitergehen, weil es eben mehrere Länder sind, mehrere Sonderrollen, die dann Sondersachen, die eingebaut werden müssen und davon hängt das eben total ab. Was ist denn aus deiner Sicht der Best Practice? Kannst du mal skizzieren, wie man vorgehen sollte, wenn man jetzt, außer natürlich dich anrufen und sich helfen lassen, sage ich mal, mal angenommen, du bist gerade nicht da, was wären so die Schritte, wie ich da, ich sage mal, an eine Lösung komme? In der Regel wird es auch drei Monate, würde ich jetzt sagen, nicht groß überschreiten, wenn wir jetzt mal in der Langfristigkeit gucken. Und ja, also was wir gerade viel machen, ist eben SAP-DRC dann wirklich einzuführen, weil es eben die SAP-Standard-Lösung ist. Wir haben auch eine eigene Lösung, die quasi den SAP-Versandweg abdecken kann oder an der Stelle dann eben über diverseste Dienstleisterpartner das eben einzukaufen. Also das geht auch alles. Was ist denn aus deiner Sicht mal eine branchenspezifische Besonderheit? Also die gibt es ja wahrscheinlich auch. Oder ist es so, dass alle Unternehmen, ich sage mal, die Rechnung, okay, ich meine letztendlich, ich muss die Rechnung bezahlen, das ist klar. Du hast eben schon Anhänge erwähnt. Gibt es irgendwie ja vielleicht branchenspezifische Besonderheiten? Genau. Es gibt quasi das, was bisher auch im Rechnungsumfeld branchenspezifisch läuft. Das schlägt hier natürlich auch wieder durch. Damit meine ich konkret zum Beispiel gibt es so Paragrafen im Umsatzsteuergesetz, die jetzt irgendwie Richtung Baurechnung gehen, dass ich da irgendwie gewisse Sachen besonders abdecken muss. Und das sind dann auch andere Rechnungstypen, die in der XML sehr früh gekennzeichnet werden. Dann habe ich natürlich viele Unternehmen, die ein Gutschriftsverfahren einsetzen, die also nicht, ich sage mal, klassische Rechnungen einfach stellen, sondern die einfach Gutschriften stellen und das dann quasi so nachträglich verrechnen. Und auch die sind, ja, ich sage mal, betroffen. Auch das muss per E-Rechnung laufen, auch wenn es quasi eine Gutschrift ist. Das ist dann nur ein anderer Typ in der XML und muss halt anders dargestellt werden. Das sind halt andere Felder, die dann vielleicht auch mal befüllt werden. Aber von der Sache her immer grob das Gleiche. Also von der Sache auf der hohen Flughöhe. Jetzt bist du ja auch Spezialist für das Thema Output-Management im Sinne von eine lesbare PDF, dass da das Logo drauf ist und Footer und so weiter. Und ich habe gerade noch gedacht, ist das jetzt eigentlich vorbei? Also geht die PDF jetzt weg? Also wir haben ja an anderen Stellen auch schon mal darüber diskutiert, was geht gerade ab im Bereich Adobe Forms, Adobe Document Server ist ja ein diskutiertes Ding, die Zukunft davon und so weiter. Und da muss man was ändern. Auf der anderen Seite gibt es jetzt hier diese Tendenzen mit der elektronischen Rechnung. Braucht man Adobe Forms in der Zukunft noch? Ja, also ich habe auch schon in meinem Studium gehört vor über zehn Jahren, dass das papierlose Büro natürlich voll das Ding ist. Und es hat sich irgendwie nicht bestätigt, auch in meinem Werdegang. Das ist also ein Thema, was weiterhin akut ist mit diesem PDFs und Adobe Forms benutzen. Einfach auch daher, weil natürlich dieses elektronische Rechnungsformat Zug fährt. Das ist natürlich das, worauf auch die Wirtschaft jetzt eher setzt. Auch da kommt es natürlich wieder darauf an. Manche setzen dann schon auf XML. Aber das Zug fährt Format ist natürlich attraktiv, weil das kann ich quasi jetzt einfach umstellen. Ich kann es, wie du sagst, dem Bäcker senden, der vielleicht da irgendwie noch ein bisschen dranhängt. Genau. Aber auch dem großen Unternehmen, weil der passt sich dann einfach das XML da raus und gut ist. Genau, ich könnte es quasi jetzt morgen umstellen auf Zug fährt und es wird nicht stören. Also keiner wird es merken sozusagen, wenn er nicht nach der XML sucht. Genau. Und habe dann schon die alles erfüllt und so. Also alles gut. Und dementsprechend, das wird immer eine kleine Rolle spielen. Aber ich sehe natürlich auch schon, das Thema E-Rechnung ist jetzt der erste Aufschlag. Es soll dann ja auch Richtung elektronische Bestellung gehen. Das ist dann Order X. Da gibt es dann auch schon die ersten Formate. Oder auch das Thema Lieferschein. Also diese ganze Prozesskette wird dann auch so langsam digitalisiert. Aber eben langsam. Also da reden wir über noch wahrscheinlich mehrere Jahre, Jahrzehnte. Das dauert noch etwas. Bis da kein Label mehr ausgedrückt werden muss. Im Lager dauert es wahrscheinlich noch im Moment. Genau, das wird es sicherlich noch ein bisschen brauchen. Genau. Und ich meine, der Mensch an sich, das haben auch viele Lösungen gemein, der möchte natürlich das Visuelle nochmal sehen. Und deshalb haben viele Lösungen auch einfach nochmal so einen PDF-Viewer, der also quasi trotz, dass die elektronische Rechnung reinkommt als XML, dass ich mir die nochmal in PDF-Form angucken lassen kann. Und das wird halt dann generiert. Und das kann sowohl die SAP-DAC-Lösungen als auch viele andere Tools. Und ja, das zeigt halt, dass da immer noch der Bedarf da ist, das auch mal visuell strukturiert zu sehen. Wer ist denn bei so einem Projekt beteiligt, wenn ich jetzt so eine Eingangslösung an das SAP anbinden will? Oder in das SAP, also mit der SAP-Standardlösung integrieren will? Wer ist da typischerweise in so einem Projekt an Bord? Das ist vor allen Dingen die IT als erstes natürlich. Die muss ja die Lösung irgendwie dann auch warten, betreiben, betreuen. Ist das die SAP-Basis dann oder wer ist das typischerweise? Ja, das ist in der ersten Instanz irgendwie so ein Inhouse-SD-Berater oder auch der Key-User, der natürlich angefragt hat. Genau, die Basis ist natürlich dabei in der Betreuung. Die muss ja irgendwie die Schnittstelle dann auch mitnehmen. Aber von der Fachabteilungsseite her ist dann ganz viel immer die Buchhaltung dabei, die natürlich rechnungseingangseitig da auch die führende Abteilung ist. Und rechnungsausgangstechnisch sieht es halt unterschiedlich aus. Das kann auch die Buchhaltung sein. Das kann dann auch der Vertrieb sein, der die Rechnung stellt oder eben Key-User-SD. Das ist dann meist so zwischen SD-FI aufgeteilt. Das heißt, es ist eher, es gibt dann fachliche Fragen zu klären, dass dann auch mal, ich sage mal, Rechnungen durchgespült werden und mal geguckt wird, wie verhält sich das, kommen alle damit klar. Es ist auch von der, ich sage mal, geänderten Usability irgendwie, dass es woanders aufpoppt als vorher vielleicht. Keine Ahnung, wenn es vorher in dem Mail-Postfach war, ist es jetzt irgendwie direkt im SAP oder so. Und es ist gar nicht so sehr ein technisches Meisterstück im Sinne von, dass ich jetzt als Kunde da super technisch tief rein... Also wie hart muss ich XML-Editoren bedienen? Ja, die muss... Ich habe irgendwie auch so iDoc-Traumata mit, ja, es funktioniert nicht. Warum? Keine Ahnung. Genau. Also das kann natürlich schon mal sein, dass ich da in XML reingucken möchte. Das bleibt meist natürlich der IT vorbehalten. Im schlechteren Fall halt dann doch mal irgendwie Key-Usern oder sowas. Genau, also im Maschinenraum kriege ich natürlich nicht viel mit. Am Ende, je nach Lösung, unterscheidet sich der Prozess quasi null. Also ich habe einfach statt meiner bisherigen PDF, verschicke ich dann Zugfährt-PDF und sowas. Gerade im Versand kann sich da quasi auch gerne mal nichts ändern. Gerade was den Rechnungseingang angeht, da kommt es halt wieder drauf an. Wenn ich dann natürlich schon ein Add-on reinhole ins Unternehmen, dann brauche ich da natürlich irgendwie eine Interpretation, nochmal eine Rechnungsprüfung. Viele Unternehmen nutzen das ja jetzt auch als Digitalisierungstreiber. Also gerade da, wo eben noch keine Lösung im Einsatz ist, da wird gerade auch viel nachgefragt nach, okay, wie macht man es denn jetzt mal richtig? Ja, dann nehmen wir auch gleich die PDF-Erkennung mit, das papierbasierte Erkennen und machen in dem Zuge direkt das Thema E-Rechnung mit. Also dass es nicht nur als zusätzlicher Kanal angeboten wird, ja, okay, ihr könnt euch an irgendeine verborgene E-Mail-Adresse, könnt ihr uns auch diese XML, die ominöse, senden, sondern dass man eher das zum Standard erhebt bekommt. Wir versuchen jetzt alles elektronisch richtig sauber zu haben und dass wir eigentlich das Papier hinterher schreddern können, was wir kriegen. Genau. Und das dann eben auch mit dem Ziel, da Digitalisierung voranzutreiben und eben auch Aufwände in der Buchhaltung zu senken, was irgendwie Prüfung angeht oder Zuordnung von Buchungspositionen. Das sind ja das, was quasi, was Aufwand erzeugt. Ja. Hast du noch ein Beispiel von einem Kunden, wo ihr das mal eingeführt habt? Also wie sich das so für den angefühlt hat, was da so die Schritte waren? Ja, da habe ich jetzt so einen Industriekunden quasi mal mitgebracht und der hat uns initial auch mit der SAP-Lösung zum Beispiel angefragt. Da sind wir dann ins Projekt gekommen und im ersten Schritt geht es immer erst mal um die Voraussetzungen. Je nach Lösung brauchst du halt einen gewissen Systemstand und das kann sich halt auch mal schnell, also da kann es eine Grätsche geben, wenn mein System zu alt ist, dann kann ich weder irgendwie irgendwelche On-Premise-Add-ons nutzen noch irgendwie die neuen fancy Cloud-Services der SAP. Also mit anderen Worten, ich muss auf einem gewissen EHP sein, auf einem Release-Stand, auf einem Update. Okay, alles klar. Genau. Und das Zweite, dann natürlich bei der SAP-Lösung brauche ich die BTP, da brauche ich dann also gewisse Voraussetzungen infrastrukturell. Da muss einfach das Türchen zur Cloud da sein oder eben eingerichtet werden. Und wenn das gemacht ist, dann bei der SAP-Lösung jetzt auch in diesem Projekt ist es so, dass erst mal sehr viele Subnotes eingespielt werden, die dann eben diese Lösung auch noch verbessern, weil das ganze Thema natürlich weiterhin frisch ist. Also installiert und dann erst mal updaten. Also normal, ja. Man kennt ja auch die SAP und das ist natürlich auch das, was mich erwartet in der Zukunft. Also Subnotes einspielen ist dann auch der Wartungsprozess an der Stelle und macht auch dieses Projekt initial erstmal aus. Aber ich brauche kein S4HANA. Nee, genau. Das geht auch unter ERP. Das ist natürlich an der Stelle mehr Aufwand, mehr Notes und so. Aber S4HANA ist da einfach ein bisschen schlanker. Das war auch bei diesem Kunden so. Der hatte schon S4HANA in einem neuen Release. Da war das eher so, dass dann eben eine Handvoll Notes noch reinkommen und dann kann das Ganze schon mal eingerichtet werden. Und dann war es eben auch so, dass wir da innerhalb von ein paar Tagen dann die erste elektronische Rechnung eben verschicken konnten. Das ist dann sehr, sehr schnell. Das ist der Punkt, wo sich dann je nach Systemstand unterscheidet. Und dann geht es eben im zweiten Schritt darum, diese Rechnungsprozesse nochmal quasi wirklich zu vervollständigen. Also welche Anhänge sollen da rein? Passen die Konditionen? Sind die Rabatte und die Zuschläge, Abschläge alle sauber drin? Weil das eben auch gesondert in so einer elektronischen Rechnung dargestellt wird. So wie man es jetzt nicht im iDoc oder in einem PDF machen würde. Das kriegt quasi seinen eigenen Platz in elektronischen Rechnungen. Und das macht dann... Das heißt eigentlich, da sind da sogar mehr Infos drin dann. Also wo ich es dann normalerweise nur dann den Endbetrag irgendwie rübergeworfen hätte, dann wird das noch extra ausgewiesen. Genau. Ja, also ich meine, ich habe es auch auf der PDF, aber ich würde es halt in anderer Form nochmal darstellen in XML. Ja, das hat so seine eigenen Orte. Also genau, deshalb Informationsgehalt ist schon ähnlich natürlich. Ja genau, das passt einfach. Ja und dann ist es halt am Ende natürlich ein eher testintensives Projekt, wo ich dann einfach nochmal die Runde gehe, werden die sauber erzeugt. Soweit kann ja die IT und das Projektteam laufen. Und dann muss natürlich die fachliche Richtigkeit geprüft werden. Ja, kann im Grunde auch mein Empfänger das entsprechend verarbeiten. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt, dass ich dann im Projekt schon mal jemanden dazunehme, einen Geschäftspartner jetzt, der mir das verarbeiten kann. Der schon bereit ist dafür. Okay. Genau. Wie schwierig ist das? Gut, es wird wahrscheinlich mit der Zeit leichter, weil viel mehr dann über diesen Berg kommen müssen, sage ich mal. Aber war das da schwierig bei dem Kunden, einen entsprechenden Partner zu finden, der das sauber verarbeiten kann? Und nicht, dass man sozusagen die Probleme auf der anderen Seite noch mit debuggen muss? Oder war das so? Weiß ich nicht. Nee, das war an der Stelle nicht so. Und wir haben im Grunde da natürlich den Vorteil, dass es ja für den Bund schon länger verpflichtend ist, Rechnung zu stellen. Das heißt, auch da habe ich dann Validatoren schon länger online, wo ich das auch mal hinschicken kann und mir mal prüfen lassen kann und sowas. Das heißt, das gibt es schon länger und das konnte man natürlich super nutzen an der Stelle. Und da gibt es eben auch schon einen Geschäftspartner, der das machen konnte. Der konnte dann schon mal testen und da war es dann kein Problem. Aber generell da eben der Hinweis, also das schon mal machen, dass man frühzeitig auch schon mal sagt, okay, wer soll es denn eben bekommen? Oder wer schickt es mir denn? Rechnungseingangseitig da auch relevant, dass man da eben schon mal verprüft, wer kann das denn so. Machen übrigens auch viele Unternehmen, also die jetzt, auch wenn die Pflicht zum Versenden erst irgendwie in drei Jahren ist, dass einige Unternehmen jetzt schon durch die Gegend laufen und eben schon mal fragen, ja hier, wollt ihr nicht E-Rechnung machen? Und das sorgt natürlich auch schon mal für den einen oder anderen sanften Bedarf. Okay, alles klar. Das heißt, das ist auch im Moment so Usus, sage ich mal, dass man da so seine Geschäftspartner, seinen regelmäßigen Geschäftspartner abklopft und sagt, hey, wollen wir nicht umstellen auf die neue Welt? Okay. Genau, ja. So wie das beim Thema iDoc natürlich auch war und ich sage mal, iDoc ist natürlich sehr abstimmungsabhängig, also da muss dann viel abgestimmt werden, was drinstehen soll und das ist eben das Thema, was ja E-Rechnung auch dann jetzt verbessern möchte, dass ich da einen gewissen Standard habe und einfach innerhalb dieses Standards verschicke und das Ding kommt sauber rein und kann verarbeitet werden. Ja. So zum Schluss nochmal kurz der Blick in die Glaskugel, die du jetzt nur virtuell dabei hast sozusagen. Was ist so aus deiner Sicht jetzt, ich sage mal, der unmittelbare Trend, vielleicht auch langfristige Entwicklung, wenn es um das Thema E-Rechnung geht? Ja. Also das Thema E-Rechnung wird natürlich jetzt erstmal sich finden müssen. Ja, da kommt die Praxis dann die große auch erst ab nächstem Jahr im B2B-Bereich und eben auch in den Unternehmen dann auf der Empfangsseite vor allen Dingen. Das wird erstmal einige Aufwände natürlich erzeugen und dann, wie auch schon gesagt, wird es natürlich so sein, dass weitere Formate digitalisiert werden. Als nächstes sehr wahrscheinlich dann die Bestellung, weil es da auch schon ein Format gibt. Und dann aber eben in weiterer Folge auch die Lieferscheine oder vielleicht auch weitere Prozesse. Und es gibt parallel jetzt ja auch schon denen die Bestrebung, dass das europaweit einheitlich gehandelt wird. Das heißt, das wird dann auch nochmal kommen. Aktuell ist es eben so, dass jedes Land da so sein Süppchen macht und es so Annäherungen gibt. Zugwährt ist es auch schon sicherlich nicht im Ausland so geläufig. Genau. Tatsächlich ist Zugwährt das Format, was zusammen mit Frankreich erarbeitet wurde. Also das Pferdgremium ist quasi sehr nah dran an der französischen Sache. Die haben sich auf den Namen Zugpferd eingelassen? Ja, in Deutschland. In Frankreich heißt es natürlich dann wieder anders. Aber genau. Ja, also das gleicht sich da schon an. Und das ist natürlich das nächste Bestreben, dass dann eben so Sachen wie Polen, Italien dann eben auch noch eingefangen werden. Und die machen natürlich das Gleiche von der Technik her, XML-Dateien, aber dass die eben semantisch auch nochmal angeglichen werden und dann eben auch von Deutschland nach Polen jetzt Rechnung gestellt werden können im elektronischen Format. Weil das ist das, wo dieser Prozess eben jetzt auch noch keine Änderung findet. Das Gesetz sagt jetzt nur aus, innerdeutsch muss jetzt quasi das E-Rechnungsthema betrieben werden. Aber wenn ich jetzt quasi Richtung Polen-Frankreich als deutsches Unternehmen stelle, dann sieht das anders aus. Oder auf der Eingangsseite. Wann wird die letzte geschäftliche Papierrechnung in Deutschland gestellt werden? Ich vermute stark, dass ich das sogar nicht mehr erleben werde. Aber da reden wir sicherlich von 30, 40 Jahren. Okay. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Alles klar. Ja, zum Abschluss. Kannst du nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, wenn jetzt jemand da mehr wissen will und sich denkt, bevor ich mir das jetzt selber erarbeite, frage ich nochmal jemanden, der sich damit auskennt, was ist deine Beratungsleistung? Du und dein Team, für was werdet ihr beauftragt? Für was kann man euch buchen? Also im ersten Schritt bieten wir erstmal so Transparenz und Aufklärung. Das heißt, das, was ich jetzt schon einmal hier erzählt habe, dann auch natürlich mal im größeren Rahmen und eben auch konkreter gestellt auf die Infrastrukturen, die Anforderungen eben bei Kunden. Das ist das Thema strategische Beratung, wo wir ja auch dann das quasi dahintreiben, eben dann Richtung Anbieterauswahl und Entscheidungsmatrixen zu erstellen, wo dann am Ende quasi die Entscheidung getroffen werden kann, welcher Anbieter der passende ist für mein Unternehmen. Das ist das, was wir initial machen sehr oft. Was wir eben auch im Portfolio haben, ist quasi eine eigene Lösung für den Rechnungsversand, der eben auch on-premise sehr schlank laufen kann und auch geöffnet ist für viele Formate, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Bestellungsthema. Und ja, wenn ich natürlich sage, ich möchte beide Prozesse abbilden und die SAP-Lösung klingt hier sehr interessant, weil ich eben auch schon auf einem gewissen Level bin, dann machen wir das auch von der Einführung her, dass wir also auch ganze Einführungsprojekte für das SAP-DHC machen. Und wenn es nicht SAP-DHC sein soll, weil die SAP-Lösung mir dazu also nicht passt aus Gründen, dann bieten wir da eben auch Kooperationen mit Partnern an, weil wir da eben im Grunde seit 2018 auf dem Markt auch vertreten sind mit der Lösung und entsprechende Expertise haben, kennen wir natürlich auch die Partner, die das anbieten und vermitteln dann auch entsprechend gerne. Super. Vielen lieben Dank. Ich kann noch erwähnen, dass du ja auch in einem von unseren Webinaren zu sehen bist. Also wenn ihr in das Thema noch stärker einsteigen wollt und da auch mal ein paar Slides zu sehen wollt, wo man auch Zugwert in der richtigen Schreibweise und alles so sofort auf einen Blick erkennt, aber dann auch Strategie, Roadmap und solche Themen, empfehle ich noch das Webinar e-Invoicing mit SAP sicher umsetzen. Den Link dazu packen wir in die Shownotes. Also da gerne mal reinschauen. Alex Wiefel, vielen lieben Dank für die vielen Informationen zum Thema E-Rechnung. Ich bin jetzt schlauer. Ich hoffe, ihr auch. Darum vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst. Ciao. Ciao.